Nachdenkseiten Die kritische Website Zensur und Selbstzensur kaschieren das deutsche Elend Von Friedhelm Klingkammer und Volker Breutigam Deutschland der Pausenhof Big Joe knallt dem Olaf ein Ding an den Nischel So ein Wumms hält kein Gasrohr aus Olaf sieht Sterne und Streifen Aber er versichert den Umstehenden Unsere Partnerschaft ist enger und vertrauensvoller denn je Big Joe bestellt den Olaf wenig später zu sich nach Übersee Und flüstert ihm was Die ARD aktuell macht aber daraus einen Besuch bei Freunden Manipulation gehört ihm zur Tagesschau Wie Mattscheibe zur Karin Mioska Drei Tage später heißt es aus Hamburg Big Joe habe dem Olaf überhaupt keine reingehauen Sondern ganz anders Einige pro-ukrainische Rüpel hätten mit einem Segelboot Knallfrösche in Olafs Badewanne Man verzeihe uns das Geschnodder Es soll darauf aufmerksam machen Dass die USA eine intellektuelle Flugverbotszone Über unser Land verhängt haben Deshalb liefern unsere Leit- und Konzernmedien Nachrichten Vom hier dargestellten informationellen Gehalt Unser Gemeinwesen verkrüppelt unter solcher Deutungshoheit Zusehends zu einem US-Protektorat Mit enormen Gefahrenquellen für unseren Rechtsstaat Widerstandskräfte dagegen entwickeln sich erst allmählich Die Verächter des Rechtsstaats zeichnen sich durch ihren abgrundtiefen Zynismus Und US-Konformismus aus Selbstbestimmte Persönlichkeitsentfaltung Unabhängige Meinungsbildung Freies Denken und Reden sind ihnen zuwider Ihr Ideal ist der Angepasste Der sich ihren Vorgaben unterordnet Und ihnen besinnungslos nachbetet Die einst übliche Todesstrafe fürs Abhören von Feindsendern Brauchen sie für ihre Zwecke nicht mehr Mit von elektronischer Datenverarbeitung unterstützter Zensur So wie mit Agitation und Propaganda in Dauerschleife Gelingt es schon jetzt ein vollkommen verzerrtes Weltbild als Realität auszugeben Und mehrheitlich akzeptabel zu machen Rechtsnihilismus und Willkürjustiz unterstützen den Erfolg Kein Nachrichtentag vergeht, ohne dass wir vom brutalen russischen Angriffskrieg Gegen die Ukraine zu hören kriegen Wer diese US-NATO-EU-Sichtweise offiziell in Frage stellt Ein Ende der gigantischen Waffenlieferungen an die Ukraine Und die Aufnahme von Verhandlungen mit Russland fordert Lernt schnell deutsche Staatsanwälte kennen Die nennen so viel kritischen Widerspruch gegen die herrschende Meinung Nämlich Billigung eines Angriffskrieges Die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören Das gilt als Straftat und wird mit bis zu drei Jahren Haft oder Geldstrafe geahndet Entsprechende Urteile sind bereits ergangen Deutsche Gerichte berücksichtigen nicht, dass der globale Süden Die Mehrheit der Weltbevölkerung sich nicht an der westlichen Sanktionspolitik beteiligt Zudem lassen die deutsche Justiz und füglich auch die konformistische Tagesschau außer Acht Dass sich Russland bei seiner militärischen Aktion gegen die Ukraine Ob zu Recht oder zu Unrecht bleibt offen Auf Artikel 51 der UN-Karte haben geruft Dieser Artikel betrifft die Selbstverteidigung Und schließt sogar eine präventive, also vorbeugende Selbstverteidigung nicht aus Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit Ex-Kanzlerin schamlos und Kanzler tun nicht gut Das lässt sich exemplarisch auch am Umgang mit dem Eingeständnis der Altkanzlerin Merkel Sowie der vormaligen Staatspräsidenten Poroschenko Ukraine und Hollande Frankreich aufzeigen Alle drei gaben bekanntlich aus freien Stücken zu erkennen Das völkerrechtlich abgesicherte Minsk-II-Abkommen mit voller Absicht gebrochen und Putin hintergangen zu haben Sie wollten den seit Mitte 2014 von Kiew geführten Bürgerkrieg Gegen die ukrainischen, russischsprachigen Donbass-Provinzen Das Abkommen sah dafür enge Fristen von wenigen Monaten vor Sondern vertragswidrig der Ukraine jede Menge Zeit geben zur hemmungslosen Hochrüstung Sie kalkulierten Russlands militärische Reaktion und brachen somit einen völkerrechtlich gültigen Vertrag Schon Monate vor Russlands Invasion hatten sie bis ins Detail geplant Womit sie ihren schon seit mehr als zehn Jahre geführten Wirtschaftskrieg zu verschärfen gedachten Die Angeberei des Merkel-Nachfolgers und vormaligen Vizekanzlers Scholz im Bundestag verrät alles Sanktionen, die ihres Leichen suchen Über Monate hinweg haben wir sie bis ins kleinste Detail vorbereitet Weltweit haben wir für Unterstützung geworben Sie wussten, was kam. Sie hatten es ja genau darauf angelegt ARD aktuell berichtete über diesen Skandal mit keinem Wort Wenn schon einäugige Justiz, dann erst recht tendenziöser Qualitätsjournalismus Keine offizielle Instanz in Deutschland regt sich darüber auf Dass Ex-Kanzlerin Merkel in ihrem Zeitinterview zugleich einen mehrfachen Verfassungsbruch schamlos eingestand Das Grundgesetz bindet nämlich alle staatlichen Organe an Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts Zugleich verbietet es Handlungen, die geeignet sind und in Absicht vorgenommen werden Das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören Offen bleibt die Frage, ob außerdem noch ein strafbarer Fall von Friedensverrat vorliegt Reden wir lieber über den Regierenden Kanzler Scholz und seine infantile Außenministerin Baerbock Beider Rechtsverständnis reicht ebenfalls nicht so weit, dass sie sich um eine Wiederbelebung des Minsk-II-Abkommens bemühten Im Gegenteil, sie verweigerten Gespräche mit Moskau und konterkarieren das, was die UN-Generalversammlung gerade erst wieder beschlossen hat Die Generalversammlung fordert nachdrücklich die sofortige friedliche Beilegung des Konflikts zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine durch politischen Dialog, Verhandlungen, Vermittlung und andere friedliche Mittel Mit Ignoranz und Arroganz setzen sie vielmehr auf weitere Waffenlieferungen an die Ukraine Auf grundgesetzwidrige Kriegsbeteiligung mittels Ausbildung ukrainischer Soldaten an deutschen Angriffswaffen und auf völkerrechtswidrige Sanktionen Im Gegensatz zu aller Berliner Heuchelei dient diese Politik den USA und deren Ziel, den Krieg zu verlängern Das Einzige, was man Kanzler Scholz zugutehalten kann Er hat sich noch nicht öffentlich bei den Amis für ihren Terroranschlag auf die Nord Stream Gasleitungen bedankt Aber das kann ja auch noch kommen Legal, illegal, scheißegal Man sollte eigentlich meinen, die UN-Charta sei auch in Artikel 2 Absatz 4 unmissverständlich Alle Mitglieder unterlassen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates Gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt Doch da machte man dann die Rechnung ohne den Wirt Nach Auslegung der USA ist in der Charta lediglich die militärische Gewalt gemeint Der globale Süden beharrt hingegen darauf, dass Gewaltverbot gelte auch für Wirtschaftssanktionen Wird hier Haarspalterei betrieben? Das kann nur jemand meinen, der nicht wahrhaben will, dass Sanktionen eine ebenso existenzvernichtende, für Millionen Menschen tödliche Gewaltform darstellen können wie die militärische Gewalt Damit auch das endlich geklärt ist Baerbocks großmäulige Ansage, die Sanktionen würden, sollten Russland ruinieren, ist eine Missachtung des Völkerrechts Ein Ausdruck vollendet selbst herrlicher Ignoranz Denn laut UN-Charta ist nur der UN-Sicherheitsrat und niemand sonst ausdrücklich befugt Zur zwischenstaatlichen Streitbeteiligung und zur Sicherung des Friedens schwerwiegende Sanktionen zu verhängen Mit hasserfülltem Aktionismus verfügte die EU allein in den ersten drei Monaten nach Beginn der russischen Militäroperation Sage und schreibe 3913 Sanktionen, per Verordnung, ohne gesetzliche Grundlage, auf rechtlich äußerst fragwürdiger Basis Dass diese überschäumende Sanktionitis ihren gegen Russland gerichteten Zweck verfehlt, ist das eine Das andere aber, dass sie inzwischen die deutsche Wirtschaft massiv schädigt Das führte selbst im Baerbocks Ministerium zu Nebenwirkungen Bei vielen Mitarbeitern hat sich ein enormes Maß an Frustration und Fremdscham angehäuft Zunehmendes Unverständnis über die Art und Weise der Sanktionspolitik ohne jede Rücksichtnahme auf deutsche Interessen Ob die Sanktionen mit dem in Deutschland geltenden Recht vereinbar sind, ist längst nicht so eindeutig geklärt Wie die führenden Politiker und ihre journalistischen Wasserträger uns weismachen wollen Beabsichtigt war, die russische Bevölkerung dazu zu bringen, den innenpolitischen Druck auf ihre Führung zu verstärken, um deren Außenpolitik zu ändern Das Gegenteil ist eingetreten Putin wird von 80% der Russen unterstützt Logisch und rechtlich geboten wäre es folglich, die Sanktionen aufzuheben Über Berge von Leichen Doch weder mit Logik noch mit staatsrechtlichem Bewusstsein ist unsere Ampelregierung sonderlich gesegnet Vielmehr treibt sie der gleiche krankhafte Wille, die Widersacher der USA zu vernichten Wie ihn Washington gegenüber Kuba, Venezuela, Irak, Iran und derzeit in schlimmster Form gegenüber Syrien auslebt Da gehen die Scholz-Regierung und die beiden Administrationen Arm in Arm Und zwar über Berge von Leichen Menschenleben zählen nicht Entgegen dem frommen Schein auch keine ukrainischen Waffen liefern für den Krieg, auf das er bald zu Ende gehe? Gegenfrage Kennen Sie in der vieltausendjährigen Geschichte der Menschheit auch nur einen einzigen Fall Dass ein Krieg mittels Waffenlieferungen beendet wurde? Michael Gorbatschow, der letzte Präsident der abgestorbenen Sowjetunion Politischer Vater auch der DDR-Selbstaufgabe und eins der deutschen Lieblingsrusse? Die deutsche Presse ist die bösartigste überhaupt Sie ändert sich nicht und garantiert damit, dass sich auch in unserem politischen Alltag nichts Wesentliches ändert Gleiches gilt für die EU und den gesamten Wertewesten Ihre regelbasierte Ordnung ist ein orchestrierter Bruch des Völkerrechts Menschenverachtende Willkür Gäbe es außerhalb der bewussten Medien, Internetportale, Blogs, einige kleine Tages- und Wochenzeitungen tatsächlich einen distanziert kritischen, um Wahrhaftigkeit und um Aufklärung bemühten Journalismus dann gingen die Massen heute nicht nur zu Arbeitskämpfen auf die Straße sondern regelmäßig auch gegen politische Korruption und gegen Kriegstreiberei Die Pest der Zensur Mit ihr weiß unsere politische und gesellschaftliche Elite allerdings gut umzugehen und dem Volkszorn vorzubeugen Mit Zuckerbrot, Journalisten schmieren, sie mit gut dotierten Posten und Privilegien korrumpieren und Peitsche, Maulkorb und Strafandrohung von Staats wegen Über die Informationsfreiheit heißt es in Artikel 11 der Charta der Europäischen Union Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit mit ein Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben Die Freiheit der Medien und ihrer Pluralität werden geachtet Das entsprechende in unserem Grundgesetz, Artikel 5 Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet Eine Zensur findet nicht statt Diese Grundrechte sind das Papier nicht mehr wert, auf dem sie gedruckt stehen Bevor Russland in den Ukraine-Krieg eingriff, verweigerten deutsche und europäische Behörden RT.de die Senderlaubnis Obwohl RT bereits eine europaweit geltende, von Serbien ausgestellte Sendelizenz hatte Die russische Nachrichtenagentur Sputnik wurde ebenfalls gesperrt Ausgerechnet EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, selbst unter Korruptionsverdacht und geübt in schamloser Lüge, durfte sich da hervortun Als Sprachrohre Putins haben diese Fernsehkanäle seine Lügen und Propaganda erwiesenermaßen aggressiv verbreitet Man solle ihnen keine Bühne mehr zur Verbreitung dieser Lügen geben Tobias Schmidt, Direktor der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, sah für das Vorgehen allerdings keine Rechtsgrundlage Die Europäische Kommission ist gefordert, eine gesetzgeberische Lösung zu finden Mit anderen Worten, das Verbot war rechtswidrig und das ist es bis heute Die Bundesnetzagentur gab sich zur Durchsetzung der Zensurmaßnahmen her Auch sie handelt rechtswidrig, wenn man eine grundlegende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts beachtet Dem Einzelnen soll ermöglicht werden, sich seine Meinung aufgrund eines weit gestreuten Informationsmaterials zu bilden Er soll bei der Auswahl des Materials keiner Beeinflussung durch den Staat unterliegen Da die Informationsfreiheit auch dazu bestimmt ist, ein Urteil über die Politik der eigenen Staatsorgane vorzubereiten Muss das Grundrecht vor Einschränkungen durch diese Staatsorgane weitgehend bewahrt bleiben Diese Informationsfreiheit wurde verfassungsrechtlich garantiert, um ungehinderte Unterrichtung auch aus Quellen, die außerhalb des Herrschaftsbereiches der Staatsgewalt der Bundesrepublik bestehen, zu gewährleisten Wenn die Informationsquelle an irgendeinem Ort allgemein zugänglich ist, mag dieser auch außerhalb der Bundesrepublik liegen Dann kann auch ein rechtskräftiger Einziehungsbeschluss nicht dazu führen, dieser Informationsquelle die Eigenschaft der allgemeinen Zugänglichkeit zu nehmen Diese vorbildliche Entscheidung stammt allerdings aus einer Zeit, als Politiker und Richter noch bemüht waren, Demokratie zu wagen Zwei staubige Brüder Hatten wir eingangs des Kanzlers charakterlos schleimige Bemerkungen zitiert, so wollen wir hier mit vergleichbar Geistreichem von ihm fortfahren Scholz? Niemand steht über Recht und Gesetz Um Legendenbildungen vorzubeugen, er bezog das auf Putin, nicht auf sich selbst Ein klassischer Fall von Cum-Ex-Gedächtnis-Lücke Doch bei diesem folgenlosen Vorwurf wollen wir es nicht belassen Scholz habe am neuesten Märchen über die Nord Stream-Gashröhren mitgestrickt, behauptet der weltbekannte Investigativjournalist Seymour Hersh Er habe beim Täter Tee mit US-Präsident Biden in Washington vereinbart, dessen Täterschaft zu vertuschen Beide hätten die CIA und den BND beauftragt, eine Tarngeschichte für die Zerstörung der Nord Stream-Röhren zu erfinden und sie zu lancieren Heraus kam dabei die Story von ukrainischen Segelbootfahrern als angeblichen Nord Stream-Bombenleger Die Tagesschau behauptete sogar, nicht die Einflüsterung der Geheimdienste, sondern eigene Recherchen der ARD hätten zu dieser Spur geführt Das klang so großmäulig wie unglaubwürdig Sollte Hersh mit seiner Behauptung Recht haben, Scholz sei Mitwisser der fiesen Geschichte, dann gehörte der Kanzler wegen eines Bündels von Straftaten vor den Richter Unter anderem wegen Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung und Strafvereitelung im Amt Was aber macht ein deutscher Bundeskanzler heutzutage, wenn er mit schädlich unterwürfigen Aussagen gepatzt hat? Zieht er sich ins Trappistenkloster zurück und legt ein Schweigegelübde ab? Aber nicht doch. Entgegen seiner Pflicht, selbst aktiv zur Konfliktbewältigung beizutragen, tut er so, als sei sein geopolitischer Widerpart ein Schwachkopf und lässt schnellstmöglich die nächste Skottise raus Es ist wichtig, dass Putin versteht, dass er seine Truppen zurückziehen muss Man nennt das verbale vorne Verteidigung Die Tagesschau bringt derart hohle Phrasen garantiert im O-Ton und kommentarlos auf den Schirm, statt sie als Realsatire zu brandmarken Das Publikum lässt es sich ja gefallen Noch Anmerkung der Autoren Unsere Beiträge stehen zur freien Verfügung, nicht kommerzielle Zwecke der Veröffentlichung vorausgesetzt Wir schreiben nicht für Honorar, sondern gegen die mediale Massenverblödung In Memoriam Peter Scholler-Tour Die Texte werden vom Verein Ständige Publikumskonferenz Öffentlich-Rechtlicher Medien e.V. dokumentiert Website publikumskonferenz.de Querstrich Blog Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Vielen Dank!